Dann machen wir nämlich große Ah ja, das ist ja easy Jawohl, dann machen wir nämlich uns kleine große Quarry Äh, jetzt brauche ich aber erstmal Pisten Oh scheiße, schon fertig Äh, Lapislazuli brauche ich auf jeden Fall Redstone brauche ich auf jeden Fall Jetzt kommt das rein, so Ja passt Pisten Funktioniert einwandfrei Wie viel kommt da aus? 20.000 Euro, okay So, Pisten Nochmal reingucken, okay So So Ja, Hammer geil Junge Ach ich brauche aber Drei oder vier Engines Mach mal drei, drei müssten es auf jeden Fall sein Also drei Pisten brauche ich So Und so Und so und so und so und so Und so Widerfall schon, das gibt es doch gar nicht So Oh jetzt habe ich doch vier, ups Egal, das passt Ähm Pisten habe ich jetzt Engine Fusion Glass brauche ich Iron Gear Iron Gear Mami Iron Man Was Ja den auch Den auch Den auch ja Ach ich kann dir auch gleich ein bisschen Rubberwood hoch bringen Wenn du das brauchst Wenn du das brauchst Ach ja Machen wir auch gleich vier Engines Kommt dann Haben wir mal Ah perfekt Ähm Sommertze Was Jetzt wirst du stolz auf mich sein Okay Okay Ich habe nämlich den Geothermal Generator jetzt mit dem Extractor angeschlossen Nice Und der erzeugt jetzt ganz viel Rubber Und der erzeugt jetzt ganz viel Rubber Hammer geil Und die Windmühle geht auch oder die Die haben wir jetzt schon nicht angeschlossen Ah ja Okay So dann wollen wir Glas Was Ich habe kein Glas mehr Wie du hast kein Glas mehr Ich habe nur vier Stück gemacht Warum das? Mit dem Generator Da sind ja alle gleich gebrannt Durch den Sand Unten an der Kiste Du hast hier bloß vier Sand abgebaut Ja Oh Pili Oh Mann Ja Jetzt gehen wir erstmal pennen Ja und auf Und dann suche ich mir eine Irgendwo wo ich Viel Fies Handabbunker Was machen Sachen? Nix nix So dann Lass mal Das Zeug hier Was ich nicht brauche Halt ich kann eigentlich gleich Wie viel brauche ich denn? Drei Landmarks Eine Größe Okay So dann Indem man mit drei Landmarks Eine Größe Feld aufsteckt Die WoWi muss neben ein Eck Und mal Patsch Machen wir uns mal Äh LOL Ja Okay das läuft Okay das läuft Einwandfrei Okay nice Dann könnten wir Ehm So dann Hier Boah ich glaube ich Lassuli Die So da drin sticky reason das zeug was man hat da kommen nämlich immer drei raus ich glaube ich sehe schon gut wie sand wir sollten auch mal eine farm machen irgendwie mit 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 schweine oder kühe das ist für eine schneisse jawohl da ist direkt ein ding binomarsch binom binom ok so sand aber nicht groß glaube ich so kaktieren brich auch gleich mit jup kaktusen kaktusen ok 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 so gehen wir mal nach oben hier wir sind haben eigentlich hier alles rund um uns wo also um uns rum irgendwie alles schnee sand also wüste dschungel haben wir glaube auch in der nähe wenn mich nicht alles täuscht wundermal ok geil refined iron so 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 ouch so so das ging in die hose ja kennt man ja ja eigentlich nicht selten ja dann kann ich meine netter gehen da brauchen wir ja hast du dann machte doch eine spitzhacke ja wie wir haben doch genügend diamanten kaktus in form ach lol jetzt habe ich den sand schon wegschmissen nein hm äh was haben wir mit lumbatsch jawohl ja ähm weissen kann auch schwer abmachen zack 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 wir nehmen das hier wieder rein dann können wir das glas nehmen quarry ah ne quarry habe ich doch engine meine ich äh ok 3 eisen ok ah ja da der geothermal generator der läuft und läuft ja ist doch nice perfekte ich könnte mal den dropper rausschauen ja see jetzt für zwei engines ich brauche aber drei engines äh dann brauche ich ok hab mich ja ich Vielen Dank.